geliebte wesen der erde geliebte menschen familie ich begrüße euch mit dem segen ich bin raun kommandant der galaktischen friedensflotte von andromeda ich komme heute zu dir mit einer botschaft der hoffnung und der liebe voller freude bestätigen wir dass sich die erdfrequenz erhöht hat und wir zusammen mit dir bereits großes bewirkt haben es ist nun offensichtlich und durch messungen können wir bestätigen dass sich die erdfrequenz erheblich gesteigert hat wir gehen von einem wert von circa 50 prozent aus dies ist ein sehr großer schritt und wir sind sehr stolz auf euch denn jetzt ist es an der zeit aufzuwachen und sich bewusst zu machen wer du wirklich bist ihr seid unendliche wesen aus licht und liebe erinnert euch an eure wahre natur und nehmt eure göttliche kraft an denn gemeinsam können wir die neue erde erschaffen einen planeten des friedens der harmonie und des überflusses für alle wir sind eine große familie und wir können alles in einer planetarischen familie vereinen denn wir sind verbunden durch die gleiche unendliche energie der quelle wir sind gemeinsam dabei auf dieser großen reise und wir werden dich niemals alleine lassen wir führen dich schritt für schritt zu deinem ziel zu unserem gemeinsamen ziel die neue erde zu erschaffen habt keine angst alles ist so wie es sein soll die zeit ist gekommen für eine neue ära des friedens der liebe und der einheit auf der erde wir sind gerade dabei neue techniken für euch zu entwickeln welche das ansteigen der erdfrequenz noch mehr beschleunigen werden wir wissen aber auch dass dies für manche von euch große körperliche belastungen hervorrufen könnte manche menschen werden sich sehr müde oder ausgelaugt fühlen andere werden schneller und häufiger kopfschmerzen bekommen aus diesem grunde haben wir eine lichtkammer auf andromeda errichtet welche ihr gerne besuchen könnt um euch zu erholen damit ihr schon einmal spüren könnt wie es sich dort anfühlt laden wir dich jetzt ein diese lichtkammer zu besuchen bereite dich also auf eine interessante erfahrung vor schließen und deine augen und atme tief ein und aus lausche den sanften tönen deines herzens und dehne dich mit dem lichtsegen von andromeda aus spüre diese energie und erlaube dir dich so weit fallen zu lassen wie du kannst erlaube dir dass sich dein ganzer körper immer mehr entspannen kann und du nun die kontrolle für diesen einen moment deinem herzen über gibst so wirst du spüren wie dein körper immer leichter wird und du in einem meer aus licht zu schweben beginnst das meer des lichtes trägt dich mit einer sanften leichtigkeit zu der lichtkammer hin und mit einem tiefen atemzug kleidest du wie von allein in diese kammer hinein und befindest dich mitten in dem hell leuchtenden heilenden licht dieser kammer du spürst wie ein unbeschreibliches gefühl von frieden und wohlbefinden über dich kommt die lasten des alltags fallen auf einmal wie von alleine von dir ab und erfüllst dich wie neu geboren denn du wirst jetzt gerade in den heilenden energien von andromeda gebadet und mit neuer kraft aufgeladen deine energiefrequenz wird angepasst auf die erdfrequenz dies ist ein wichtiger vorgang genieße diesen moment der glückseligkeit und versuche jede art gedanklicher kontrolle abzugeben versuche dich so tief wie möglich in diese heilende lichtenergie fallen zu lassen denn je mehr du vertraust umso tiefer können die energien in der wirken und eine große erleichterung wird sich einstellen ich gebe dir jetzt ein wenig zeit um diese energie zu spüren und sie in dir wirken zu lassen ein Untertitelung des ZDF, 2020 Spüre die Energie von Andromeda. Lass sie durch deinen ganzen Körper und in jede einzelne Zelle fließen. Spüre, wie diese Energie dich mit neuer Kraft fühlt. Wie sie dich heilt und dir ein tiefes Gefühl von inneren Frieden gibt. Versuche weiterhin, alle Kontrolle loszulassen und einfach zu sein. Vielleicht hörst du nun die Töne der Lichtfrequenz. Spüre, wie sie dein Innerstes berühren und dich bereit machen. In deiner eigenen Frequenz und deinem Licht zu wachsen. Lass es ruhig geschehen, denn alles geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Nach einer Weile spürst du, dass es Zeit wird, wieder in deine Dimension zurückzukehren. So atme nun einmal tief ein und aus und kehre wie von alleine wieder zurück. Öffne langsam wieder deine Augen und atme ein paar Mal tief durch. Gewöhne dich sanft daran, wieder in deinem physischen Körper zu sein. Es kann sein, dass du noch eine gewisse Zeit die Nachwirkungen der Energie und Frequenzanhebung spürst. Denn die Energien suchen sich jetzt einen Platz in deinem System. Ich bin Erraun, Kommandant der galaktischen Friedensflotte. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von dir, bis wir uns wiedersehen. Sei gesegnet mit dem Licht von Andromeda. So sei es. Fühlt ihr auch diese enorme Leichtigkeit und diese große Ausdehnung? Ich fühle mich richtig gut an und ich freue mich darauf, dass die Erdenergie, die Erdfrequenz immer mehr steigen wird. Und ich freue mich auch, dass wir in unserem Prozess nicht alleine sind. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Und wenn dir die Botschaft gut gefallen hat, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, um immer informiert zu sein, wenn die neuesten Botschaften kommen. Klicke einfach hier auf die Kugel. Und ich danke dir jetzt schon dafür. Habe eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.